Herzlich Willkommen zu Lukanator, Alter, ihr seht mir, ich höre echt so aus, das tut mein Ohren weh. Ja, genau. So, auf jeden Fall, erst mal auf seinem Kanal, der fangt ab jetzt mit YouTube an. Lass erst mal ein Abo drauf. Wie heißt du? Ja, ich heiße jetzt Halle D.K. Lass ein Abo da, gib immer Likes, auch bei Lukanator. Danke. Ja, komm weiter. Und heute geht's los, also heute kommt ein neues Video mit CrazyTazzy. Auf seinem Kanal ist erstes Video. Lass jetzt alle bei ihm Daumen hoch und lass ein Abo da. Und heute, hier Video, wird zum Ende Video, wird dann, ähm, diesen von 8 bis 9 Tagen, was ich erstes hochgelangt habe, wo ich mein Escho hier ausprobiert habe. Äh, nein Spaß, äh, wo ich das ausprobiert habe. Aber das kommt hier im Video-Ding. Und dafür habe ich jetzt extra, für was ich alle spiele, habe ich dafür jetzt extra ein Playlist gemacht. Heißt, ihr könnt ab jetzt, äh, Playlist alle von mir angucken. Das ist alles in, ähm, wenn ihr auf meinen Kanal geht, da steht Playlist, das könnt ihr alles angucken. Unter anderem von Playlist Mario Kart 8, Gelöts und noch weitere Plätze. Und auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, ähm, warte mal, lass mich mal überlegen. Am Donnerstag, nee, am Samstag, genau, am Samstag wird erste Folge vom Bus-Malaton-City weiter. Genau, da kommt erste Folge, die geht, äh, sieben Minuten. Hm, ich habe nur Blödsinn gebaut. Heißt, auf Deutsch, nicht so wie anderen YouTuber, komplett für das beste Clip, was ich, äh, Blödsinn mache. Es wird auf jeden Fall richtig lustig. Heißt, auf Deutsch, beste Clip, was ich gemacht habe, habe ich zusammengeschnitten. Und dann, äh, lab ich das am Samstag hoch. Donnerstag muss ich überlegen. Das kommt dann Teil 3 schon von diesem Tazzi, das kommt am Donnerstag. Am Samstag kommt Bus-Simulator und, ähm... Ihr sollt auf jeden Fall gespannt werden. Letzte Sekunden kommen schneller. Wir machen Echo an. Lasst ein Dottel, aktiviert Dottel und gebt Daumen hoch. Lasst ein Abo da bei, wie heißt du? Kalle Kitt, Kalle Kitt und Kukanator. Bis dann, tschau. Auf Wiedersehen. Bruder, möchte umgeziehen, was Trin ist da. Lasst ein Abo da, guckt Kukanator alle Videos an und gib einen Daumen hoch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.